Ich habe einen STD, oh ja, schön! Boah, ruckel, 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 ruckel! Wundervoll! Oh, zu früh! Oh, ruckel! Alter! Was war denn das? Ich habe da keine Wende, der hat eine Grafikkarte zu verkaufen. Ja? Ja. Cool. Muss ich mir mal vorstellen. Fahr weiter. Oh, lol. So, ja, scheiße, funktioniert. Könntest du dir auch erst mal schicken zum Testen? Ja. Wie ist der denn nicht kaputt gegangen? Oh. Oh. Was? Der Dribble! Ich habe leider nicht mehr so viel Boost vor. Hm. Oh Das ist Kein boost Leider am richtigen Fleck Was? Da fliegt doch wer Wer denn? Boah, ei, 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 da kommen wir gar nicht raus Du blöder Cut Mit dem Ding gleich ne Kopfnuss Echt mal Hä Ah, Leuch Fliegt doch mal, Mitte Nicht so viel Mitte Ich wollte ihn ablegen in der Mitte Leg ab Hast du? Nee Boah Hat niemand Da stehe ich jetzt sehr schlecht für, ne, ist klar Gott Oh, was? Hm, soll ich mal was machen? Machen wir was Okay, das war scheiße Okay Kommt bloß nicht an die Decke Kein boost Kein boost Boah Au Danke Sehr freundlich Sehr freundlich Clip schon wieder nicht Oh, hallo Was? Ja, was? Geier Ja Flieg mal Flieg mal Oh nein, flipp doch Alter Ja Ah Nice Ah Uiuiui Oh, ein bisschen Glück war das schon Was? Hätte ja auch springen können, dann wärst es leer geflogen Vielleicht Nein Oh, das Risiko war gering The risk I took was calculated But man I'm bad at math Oh, Alter Oh, Gott Kommt ja gar nicht raus Was ist denn eigentlich mein Korn? Da Boah Doch, kannst Ich bin doch ein bisschen verhindert Hm, es ist noch gar nicht Wasteland gekommen Was ist da los? Weißt du warum? Wödland meint er Weil Wasteland scheiße ist Sternenbasis habe ich aber auch schon lange nicht mehr gespielt Ich nehm das mal mit, ne? Fahre mal nach hinten und holen Oh, Gott Kommt ja langsam Ich bin doch mit vollem Mett dagegen gefahren Oh, oh Was war denn das? Oh, oh Mett Mit vollem Mett Flieg mal Oh, Gott Mach doch mal Der hätte dich fast vergeigt, ey Fuck my life Iiii Warum nochmal? So, was? Warum? Na, ich hab gerade so ein Ding in hier aus meinem Getränk mit verschluckt Hm Komm ich ran Oh Was für Dinger sind denn im Korn? Ich trink kein Korn Hab ich Korn gemacht? Ja, ich hab keine Ahnung wie die Ich hab keine Ahnung wie die heißt So ein Gelumpe, was man da so rein tut In den Gin rein tut Zum Trinken Da gibt's ja so mehrere Sachen, die man da so rein tun kann Unter anderem das sind Pfeffer Ist das so? Und das Zeug, das hat so ganz komischen Namen Sind aber so Körner Okay Hey Jesse tut sich Körner in den Gin Und davon hab ich gerade aus Versehen einen mitgetrunken Iiii Du stimmst es Ja, ich hab den ja wieder ausgespuckt Der ging halt schon echt Ganz schön mit In meinen Körper Ich hab gebannt Hä? Hier Nein Lass mich öfter einspielen Oh Bitch war der geil Und dann gegen den Lauf ey Der war schön Der war wirklich schön Das sind so die Gewürze, die du da so in den Gin rein tun kannst, damit er nochmal ein bisschen anders schmeckt Mhm Mhm Ich hab auch gleich wie das heißt ey Google doch mal Gewürze, die du in den Gin tust Oh Gott, ich will wieder Hauptsache du machst sie rein, du Oh Muss auch nicht wissen wie das heißt Aua, aua, aua Oh der geht hoch Oh der geht hoch Keinen boost gekriegt Oh Alter der kommt der So dreimal oder so Guck dir dieses Passplay an, Junge The fuck Kann Wacholder Hibiscus Oh Hibiscus Was ich jetzt gerade drin hab Ahja Sagen, dass das Passplay total geil war Total geiles Passplay Total geil Hibiscus hetzt auch Übelst Ach, geht wo ihr wohnt Toll, Mente Snakes Einöde Geil Ronaldinho Oh Gott, oh Gott Das kann nichts werden Den snack ich doch weg mit Der mit seinen 50 Jahren Ah, Ruckel Ey, maaaan Hm, schade Sprich mir einfach mal beide dran vorbei Da, easy Da bin ich Ich bitte Darf man schnell Ich hab darauf spekuliert dass ich ihn noch Trifft Ja anest Sei wo er andere körperlich mache ich nicht weil wollte den entnehmen gewesen und dann war ich zu spät Weggebummt Ein bisschen Oh, wat? Boah, hab ich mich Ein Tor, schade Oh, sorry Easy Oh, hab ich immer nicht Kein Boost Oh, landet der auf mir, der Penner Er war auch noch dran, tut mir leid Oh, okay Wird auch nicht wirklich Boost Boah, du leckst grad gar nicht Boah, was ist hier los Das liegt an dir, mein Herz Geht aber wieder So, wow Ah, nicht ganz gefecht Warte mal Ja Auf wen? Vor allem wer soll warten? Hätte ich lieber genommen Okay, wir sind Angst Bis damit Mein Schuss auf die Latte Ey, was? Dauer zu landen Gut sie Äh, irgendwie V-Shot Oh, Entschuldigung André mit dem André Cosplay Oh, ernsthaft Kein Boost Sehr schöner Querschläger Ich war absolut Unlull safe bereit Weil ich irgendwie die ganze Zeit am Wenden war Oh Ow, ow, ow Durch Schade Oh, ow, ow Erich Das ist Oder fake Ja, danke Nee Absolut nicht Nee So, nur erstmal spielen So Du bist nach vorne geflippt Nee, ich bin zur Seite geflippt bei mir Also, so ein Oh, oh Bin nicht schnell genug Sehr gut gemacht So Free Torst frei, Torst frei Ganz viel Zeit Nice So viel Zeit war er gar nicht Ich musste da erstmal hin Links waren schon Leute Ich hab den direkt gespielt, hätten sie glaube ich gehabt Unter Umständen Oh 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 Oh, da geht nicht ihr. Oh, 좋은 Gott! Bisschen ja... Es war ein bisschen glücklich, aber. Vielen Dank.